Hey Leute, ich bin Edwin. Willkommen bei Alles Elber. Heute werde ich einen kleinen Ferien-BSF-Vlog machen mit Lele. Wie wär's, wir holen sie ab und gehen shoppen. Wir stehen grad vor Lele's Haus und holen sie jetzt mal ab. Das geht mal los. Der Lele ist wieder. Ja. Oder? Ja. Also Lele, ich denke, du hast noch nie Wobbleschieb probiert. Nee, noch nie. Also werden wir zusammen jetzt noch mal Wobbleschieb probieren. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Okay. Ich bin so aufgeregt. Und dann mit der Spitzenleife nach vorne. Lecker, lecker, lecker. Nein. Das ist das. Gut ist her. Das ist ein Stückleife. Wenn man das hier hat. Oh, guck mal, ich muss noch einen. So einen linken. Oh. Klappe. 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 Ahaha. Oh mein Herr, ich bin Klappe. Wer kenne die Kultur? Ist das Klappe Junior? Ich denke, das ist Klappe Junior. Nein. Nein. Visco-Ketten. Cool. Die gibt es ja pink und blau. Nein. So cool. Das habe ich immer im Kindergarten gesehen. Das habe ich immer so gelesen hundertmal. Manga. Das ist nicht für Längshänder. So ist. Manga ist immer andersrum. So kann ich das nicht lehnen. Ich. Herz. Manga. So. Jetzt kannst du. Deine Ahnung. Weil wir hier jetzt treffen, müssen wir da noch so ein Zettel auswählen. Wir werden jetzt ein bisschen Klappe erzielen und wir sind für die Fernplätze getauscht. Lecker, lecker, lecker. Ich habe mir bei Klaas eine Hülle getauscht zum Willen. Ich warte, bis wir zu Hause sind. Auch jetzt machen wir einfach mal schnell da rein. Das sieht so cool aus. Wow. Das hat es das werden so jak so viel sind. Im Klaas eine Krumpets? Ja! Das unser backwards ist Account. Ich kann mir alles richtigить. Was das in der Klaas configuriert was? Ich will ansch Executionen. Shoppen ohne in ein Spielzeug geschafft zu gehen ist kein richtiges Shoppen. Mein Gott, hier sind die Hände. Schieß, und dann kann man so waschen, die Farbe und dann kann man so waschen. Wir werden jetzt Pizza essen, wir sind richtig hungrig. Bist du hungrig? Ja, ich bin auch sehr hungrig. Ich denke, ich nehme dann die Pizza Margherita Käse und Tomaten. Ja, ich nehme das gleiche. Wir haben wegen den Westen unsere Feinde abgedeckt und jetzt haben wir die Pizza. Lecker, ich freue mich so. Wir sind jetzt zurück und wir werden jetzt diese Juicy-Job-Dinger essen, die wir vom Nanunana mitgenommen haben. Und dann machen wir so einen Mini-Pup auf. So, die Ava hat schon angefangen es aufzumachen, weil ihr sieht es so aus. Also ich denke, dann macht man einfach das da rein. Ich mache mal so drei hin. Ja, und dann... Ah! Ne? Uh! Hm! Hm! Ich mag das denn. Wir machen jetzt einen kurzen Haul. Erstmal zeig die Lele, was sie bei Claire gekauft hat und dann zeig ich. Ich habe mir solche Traumpfänger-Ohrringe geholt. Dann habe ich noch so ein Pop-Socket geholt. So ein lila-pink mit Glitzer drauf. Dann habe ich noch so eine Body-Creme. Und dann habe ich mir bei H&M mal so ein Jumpsuit geholt. Und dann noch so ein Toca Boca T-Shirt. Dann noch so ein Kleid mit Blümchen drauf und so Tickies. Und noch so eine Hose. Für Claire habe ich mir diese Ananas-Badewanne geholt. Die finde ich richtig süß. Dann habe ich mir hier noch diese Puschel-Ohrringe geholt. Finde ich auch richtig süß. Noch diese Donuts. Dann noch so ein bisschen Popcorn-Ohrringe. Zwei Masken. Dann habe ich mir nochmal diese Ohrringe geholt. Ihr könnt sehen, ich mag Ohrringe. Bei H&M habe ich mir dann noch, warte, diesen Pullover geholt. Warte, falsch rum. Diesen Pullover. Dann noch mein Pullover. So ein Strickpullover. Die finde ich richtig cool. Auch mal diese Pompon-Ohrringe. Hier so ein BFF-Joker. Noch ein Gürtel. Ehrlich gesagt zwei Gürtel. Dann hier noch so eine süße Box. Dieser BFF-Joker ist eigentlich für mich und Lele. Und diese Box ist für meine Spielsachen, weil ich nehme einfach alles. Schaut mal, wie ihr sehen könnt. Da kann man hier ganz viel reinmachen. Also Lele, eigentlich hattest du dir noch ein paar Ohrringe geholt, oder? Ja, Pompon-Ohrringe und ein Neon-Nagellack. Aber die sind nicht dabei gewesen. Also, komm, wir gehen mal ins Ankleidezimmer. Mhm. Ich habe zwei Paar Pompon-Ohren. Also, denke ich, kann ich dir noch ein paar geben. Wirklich? Also, ich habe nochmal diese pinken und ich habe ja schon noch ein paar. Also, gib ich dir vorbei, bitte. Dankeschön. Bitte. Und Kamera. So, wir werden jetzt noch ein bisschen in meinem Zimmer spielen. Und dann gehen wir in den Pool. Freust du dich? Ja. Wir gehen jetzt erstmal in den Pool, aber machen erstmal eine Ränderungsmodus. Ich mach die Kamera an. Nice. Also, ich denke, das sieht richtig schön aus. Ja. So. 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 So, so. So. Boss. So. 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 Wir haben jetzt unser Eis geholt. Lecker. Leli musste jetzt nach Hause, also werde ich jetzt die Shoutouts und das kleine Wort machen. Das kleine Wort ist Trommelwirbel, Baller, BFF. Wenn ihr es jetzt gehört habt, dann schreibt es unter meinen letzten Community-Post. Dann weiß ich, ich habe es soweit ins Video geschafft. Und jetzt machen wir die Shoutouts. Das Insta-Shoutout geht an Lexi. Hallo Lexi. Und das YouTube-Shoutout geht an Rita. Hallo Rita. Und noch ein extra-Shoutout geht an Vivi, die Unicorn. Hallo Vivi. Das war unser BFF-Vlog. Schreibt mir mal unter meinen letzten Community-Post, was ihr gerne mit eurer BFF macht. Und ja, wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da. Hier unten könnt ihr noch zwei Videos von uns sehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dir lieben. Tschaui.